Herzlich Willkommen bei ISN20BAU TV Auch am Dülker wird betoniert und zwar am Bereich des Zugangs zum Niesenbach Dülker Kurzer Blick zurück auf unser letztes Video, gerade eben In BA25 steht die Betonpumpe und war ich drüber in BA24 Na ja, vielleicht sollte ich mich korrigieren Eigentlich steht sie außerhalb von BA25 auf dem Südportal Außerdem ist für den Niesenbach hier im Katzenhof Stift einiges zu tun Wir haben schon mal berichtet, hier geht es in die Tiefe Offensichtlich stehen wir auf dem Fettenamt Leitner Steg Und jetzt können wir hier auch noch ein bisschen zuschauen beim Großbohrgerät Ich bin mal gespannt, ob das hier eine Brückenverbindung gibt Ob hier ein Steg eingerichtet wird Das habe ich vorhin schon erwähnt im Video bei der Mitfahrt Von der Luft her passt das genau Dass man von dieser Stelle hier rüber Dass man von dieser Stelle hier rüber Das ist ganzer Tag, Bart Gar nicht da nehmen ét ein Steg да Aber Pl16 If Tai Du Ki Du J Abschluss nochmal von hier ein Blick auf K3. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau. Untertitelung. BR 2018